Bäume pflanzen. Weißt du, wie du das machen musst? Du musst mit einer Axt oder so die immer abreißen. Ja, und dann decayen die Blätter, ich weiß. Nein, nicht das Holz abreißen. Die Blätter mit einer Axt, das ist doch voll die Verschwendung. Ja, aber dann droppen die schneller. Echt? Okay, ich werde probieren. Lol, du hast recht. Gleich beim ersten Mal, oder? Ja. Lol, schon wieder. Wie ist geil. Mega guter Tipp, Alter. Dafür wird meine Axt gleich drauf gehen. Ja, das ist aber egal. Wenn du überlegst, dass du bald wieder einen neuen hast. Ich mach Dschungelbäume, Dschungelbäume, Dschungelbäume. Oh, hier sind, nee, hier ist bloß einer rausgefallen. Ich dachte, hier sind zwei rausgefallen. Oh, jetzt habe ich einen Zeppling wieder abgerissen. Kack. Leute, das wollte ich gar nicht aufnehmen. Jawohl. Nee, ich habe hier so ein Spider-Ei aufgenommen. Das wollte ich gar nicht. Spider-Ei. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Oh, hier ist noch ein Zeppling. Was kannst du mir geben? Kann ich Spinnaugen verwenden? Nee, ich habe es gerade weggeworfen. Boah, ob es so ein fermentiertes oder wie die heißen. Ich habe Spinnaugen. Ja, es muss dann in so ein Zaubertrank Dings. Ah, der will Zaubertränke machen. Der will uns alle töten. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Stopp, ich will nur dich töten. Mich oder was? In Wirklichkeit will er mich töten. Und in Wirklichkeit will ich Willi töten, wenn er wieder da ist im März. Ja, genau. Mit Willi, der hat ab 1.4. hat er doch erst die Wohnung, oder? Das habe ich. Du hast ab März gesagt, aber er hat doch erst ab 1.4. wieder die Wohnung. Naja. Soweit ich weiß. Genau, ich habe immer März. Das ist aber April, du Genie. Ja, der nimmt April. Ist doch geil. Da habe ich noch länger Zeit für einen neuen Computer. Ja, das hast du. Und ich übrigens auch, ne? Ja. Ich brauche auch noch einen. Falls irgendjemand zu viel Geld hat, der möge uns doch gern bitte was spenden. An uns allen. An uns arme Schlucker. Falls Bill Gates zugucken sollte, ja, er kann auch mal ein bisschen rausrücken. Genau, genau. Er hat ja genug davon. Oder Gronkh. Oh ja. Genau. Ja, hier Bill Gates könnte ja sein Geld teil und uns geben und wir zahlen ihm das ja dann zurück, weil es uns sehr vermerkt wird. Wir haben ja dann die eine Milliarde Abonnenten, die wir nächste Woche haben werden, voraussichtlich. Und okay, ja, ich habe übertrieben. Es werden bloß 10 Millionen sein. Du, du weißt überhaupt nicht, wie ich das gemeint habe, oder? Doch, ich weiß, wie du es gemeint hast. Ja, das dauert es nur ein paar Jahre, wenn wir das doppelte. Ja, ich weiß. Ich weiß ja, wie du es gemeint hattest, aber ich habe so... Der hat ja auch unendlich Geld, ne? Nein, der hat... Ja, das... Weiß eigentlich irgendjemand, wie viel Geld der hat? A Million. Oh Mann, ey, das kommt gerade voll rüber, als wären wir so eine Geldgeilen YouTuber, die es bloß machen würden, um das Money. Weißt du? Na klar. Ja, stimmt. Was denkst du denn? Nein, warum ich hier mitmache, nur deshalb. Stimmt. Wird es ja bloß einen neuen Computer und dann sagst du, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Let's Place, ich bin viel zu Nobel dafür. Nee, ich sagte, hier, Fick, ich mach deinen eigenen Scheiß, ich mach jetzt meinen eigenen Kanal. Ja, war genau. Nein. Und dann... Naja, erzählt er jetzt bloß. So. Hat jemand helles Holz für mich? Ähm, du meinst so ein Birkenholz? Nein, helles Holz. Birkenholz ist hell. Naja, sag ich ja, helles Holz. Ach nee, Eichenholz meinst du? Eichenholz. Ich habe elf... Nee, Birkenholz, Birkenholz. Ich habe elf Stämme. Schön, dass du einen Stamm hast. Elf Stämme habe ich. Ja, was will ich denn damit? Ich habe zwei Stacks, aber ich brauche noch mehr. Nee, dann nicht. Lol, du hast zwei Stacks und willst dann noch mehr? Ja. Warte mal, ich geh mal kurz gucken. Erntest dir selber, ey. Nee, ich habe es in meinen Inventar genommen, weil du hast ja zwei Stacks. Brauchst du ja nicht. Sagt er, ja, hat irgendjemand ein bisschen Holz für mich? Dann, wie viel hast du denn? Zwei Stacks. Zwei Stacks. Ja, toll. Trotzdem warst du zwei Stacks, ey. Ja, nicht mehr lange. Äh, zum Beispiel, jetzt ist Anna. Nein, Schatz. So schnell geht das natürlich nicht. Lol, ich habe schon wieder das falsche Holz geerntet. Geerntet? Weil man Holz ernten kann. Ja, ich kann Holz ernten. Scheiße. Also, ich habe eins. Wieso ist hier ein Knopf dran? Ich probiere den mal aus. Fünf, sechs, ja, nee, ich habe nur sechs Stacks. Nur sechs? Ja. Alter, ich habe nicht mal einen Stack. Na, du brauchst es ja auch nicht. Na klar, ich baue damit gerade voll aktiv. Voll aktiv und so. Oh, ich hoffe, ich falle jetzt nicht in den Krater, dann bin ich nämlich sowas von tot. Ja, das dachte ich auch gerade und deshalb packe ich erstmal ein paar Stacks von dem Holz weg. Also, so ähnlich habe ich gerade gedacht, nur, dass ich auf dem Baum aus bin. Ja, wollte schon sagen. Weil ich baue jetzt hier so, lol. So, ne, und so. Ich baue jetzt hier so, ne, und so. Bauen. Und so. Was ist es bauen? Ne, und so bauen? Mann, ihr seid die Klappe, alter. Nervig, oder was? Ach, das ist nicht nervig, das kommt dir bloß so vor. Ich kenne mich, der wird wieder mit mir meckern. Mann, was ist der denn, was labert der denn für scheiße, schmeiß den raus. Ich weiß auch nicht, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht, wen du meinst. Ne, ich auch nicht. Ne, könnt ihr auch nicht wissen, ihr kennt den ja nicht mal. Achso, okay, dann war es gar nicht. Tun ihr so, als ob sie keine Ahnung haben, dabei haben sie wirklich keine Ahnung. Ne, ich hab, ich hab Ahnung, ich weiß, wen du meinst. Mit welchem Buchstaben fängt der denn an? Mit D. Nein. Deine Mutter. Oh, ich weiß, der war hammerkindisch. Der war hammerschlecht. Ja, der war voll gut, alter. Der war voll gut, beschwerte ich mal nicht. So, das Holz. Deine Mutter trug Kinder vom Fahrrad und riecht an dem Sattel. Das ist ganz zu Ende gehört, Mann. Natürlich, ich hab's zu Ende gehört. Und riecht am Sattel. Ich kenn den. Der ist so behindert. Das hat ja auch gelesen, ne? Ich lese nämlich sehr viel. Was, du liest? Ja, klar. Wirklich? Beleidigungen und so. Achso, ich wollte schon sagen, ich war jetzt total erschüttert, dass du liest. Gamer lesen doch nicht. Vor allem Bedienungsanleitung. Ich komm gleich in den Müll. Ja, ich hab, glaub ich, noch nie, doch, für die Ava-Media-Karte, muss ich zugeben, hab ich die Bedienungsanleitung gelesen und sie nicht verstanden. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, als ich, das ist mein erstes Pokémon-Spiel, hab ich mir die Bedienungsanleitung genommen und mir die Bilder angeguckt. Stimmt, das hab ich, ja, okay, Bilder sind dann doch, das darf man noch machen. Ja. Das darf man. Aber alles andere ist, hallo, wer liest denn die Bedienungsanleitung? Na, ich nicht. Ich guck mir die Bilder an, hab ich ja nicht gesagt. Genau. Guck mir die Bilder an. Nee, aber ich meinte, dass es ernst ist. Bei Pokémon. Ja, ich glaub, dass du es ernst meinst. Ey, Alter, ich glaub, dass du ernst meinst. Ich glaub das. Leute, was ist das denn? Achso. So, hier müssen wir rüber. Oh Mann, ich baue schon wieder Hammer-Scheiß und mach total die Holzverschwendung. Es hat bestimmt gar keinen Sinn, was ich hier mache. Es wär viel cooler, wenn du mir helfen würdest beim Baumhaus. Nee, ich tue gerade, als wenn ich hier was voll Wichtiges mache und voll die Ahnung hätte, was ich hier jetzt baue. Na eben, dann hättest du wenigstens was Wichtiges zu tun. Hab ich doch. Nee, was Richtiges. Naja, hab ich doch. Ich tue ja so, als wenn ich was Wichtiges hätte. Jetzt seh ich nicht mehr durch. Oh mein Gott, ist ja voll verwirrend. Lol, mir fällt gerade auf, ich bin fast tot und die Herzen heilen sich ja auch nicht auf, weil ich nichts gegessen habe. Und ich hab kein Brot bei. Bestimmt sterbe ich jetzt bei dem Versuch nach Hause zu gehen. Dann lache ich dich aus. Nee, das sieht gut aus. Ey, die Hühner balancieren hier überall. Irgendwo eine Axt drin? Ihr, nee, ist ja gar keine Axt. Dann musst du dir eine machen. Eigentlich. Ach Quatsch, ich mach mir die Axt nicht. Ich mach mir einfach neue Kisten. Ja, mach das. Du hast es ja, war? Bist ja hier so, ne? Und so, ne? Ne, und so. Ja, aber Holz kann ich dafür nicht nehmen. Hat jemand ein bisschen anderes Holz? Welches Holz? Was denn für ein Holz? Na egal, was für ein Holz. Hauptsache kein helles Holz, weil es helle, das will ich nicht verbrennen. Ich hab Tropenholz. Leul, nee. Fürs Verbrennen, das kannst du voll vergessen, Alter. Nicht fürs Verbrennen, meinst fürs Crafting? Ja, dann komm her zu mir, Mann. Ach nee, ich hab auch. Alter, 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 ja, komm her, Alter. Nee, Digger, ich hab's noch. Ach, dann nimm nicht. So, baue ich jetzt über den Dschungel? Ich würde sagen, ich baue über den Dschungel. Wie, nee, das ist mein Revier. Ich baue jetzt aber über Dschungel. Nee, obwohl, nee, warte mal. Lass mich mal kurz nachdenken. Ich mach jetzt voll das Thinking, Alter. Als ob er denken kann. Klar kann ich denken. Macht hier einen auf Denker. Denker. Ich setz gleich meine Denkerkappe auf. So, wer weiß von wo das ist, der schreibt's in die Kommentare. Alter, das war immer guter Deutsch. Nee. Nee.